Ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Wir haben uns schon kennengelernt auf dieser Berlinale. Er ist einer der ganz wichtigen Regisseure der Ukraine. Sein Film Volcano, das war 2018, hat ihn wirklich weltberühmt gemacht. Das ist ein Meisterwerk und dieser Film ist auch bei vielen Festivals gelaufen, hat viele Preise bekommen. Und natürlich war man nun auch sehr gespannt, wird dieser neue Film sein? Der ist ganz anders, ist ein durchaus satirisches Werk, hat auch einen eigenen grimmigen Humor. Sehr faszinierend, dieser Film. Der läuft im Forum dieser Berlinale und heißt The Editorial Office. Und wir begrüßen ganz herzlich den Regisseur Roman Bondarczuk aus der Ukraine. Hi, good to see you. Welcome. Thank you. Thank you. Hello. Good to see you again. So Roman, first of all, what does it mean to you to be at the Berlinale with your second big movie? Because you know that the expectations were quite high after Volcano. Everyone wants to know, what is a new movie? And now the Berlinale. Well, I feel like I'm in the right hands. I truly inspired by the team of Berlinale Forum, by Barbara Wurm and her deep understanding of our context and our images. So there is no better place to make a premiere for the film like this. Of course. Also er fühlt sich ja sehr inspiriert und gut aufgehoben. Beim Team des Forums, also die wichtige Nebenreihe natürlich, der Berlinale. Und bei Barbara Wurm, die ja die neue Chefin, it's her first time, it's her first season. Also sie ist die neue Chefin, war auch schon bei uns. Und in der Tat, da hat Roman völlig recht, hat sie ein genaues Verständnis eben für die Bildsprache, für die filmische Sprache eben aus diesen Ländern. Und dafür interessiert sie sich auch sehr, auch ganz speziell für die Ukraine. Und sie ist sehr, sehr interessiert in Ukrainian films und sie ist gearbeitet für das für eine lange Zeit. So, let's describe the story. I said it's like a satire. And it has something to do with our job, with your job then. It's about journalism in a way. But the guy is not a journalist from the beginning. He is a scientist. And he's really interested to save nature. Is that right? Nature is really important for him. But it's normal to be interested in saving nature. Yeah, it should be. To look for some instinctive groundhog or some other environment-related topics. I think it's much more important than to be involved into these local elections or other surreal adventures. Which is also a topic in the movie, of course. Yeah, yeah. A groundhog dog, that's a little wonderful animal that we see at the moment here. Suslick or groundhog. The story behind groundhog is like, we started with Suslick. Because it's really an endangered species in that region. But then our producer, Daria, she's sitting over there. She said, it's too difficult to find one. We have a resort where you can find like real groundhogs. And we just googled and we realized that groundhogs are also endangered. So we just switched to other creatures. I wanted to check it out, but the groundhog, that's Murmeltier, I think, in German. Is that so? I'm not very... Yeah, 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 okay, vielen, vielen Dank. I wanted to film real groundhogs because I came from documentary background and I always try to look for some real things. But the resort where they live, it was under occupation. We made a research, we discovered that if we placed this green screen very much ahead, so the groundhog can use to it and then it can live his normal life. And we can set the camera, decorate it like it's a bush or some other natural thing. And it would be possible to film a real one. But we lost access to this place. Yeah, also es ging nicht durch die Okkupation jetzt, also dass sie originale Murmeltiere gedreht haben. Sie wussten sogar, wenn man da so eine grüne Wand aufstellt, hätte man ja dann auch so einen Wald da produzieren können. Das hätten die akzeptiert, die hätten sich daran gewöhnt, aber es geht eben nicht durch den Krieg. Also es ist ein animiertes Murmeltier, aber das ist natürlich nicht das Wichtigste. Das ist schon nicht unwichtig im Film, weil Eddie auch retten will, weil sie für ihn wichtig sind. Aber ich fand es schon sehr interessant zu sehen, wie dieser Mann, also Jura, Jura ist sein Name, der ja auch ein Idealist ist. He's a really idealistic guy. He has really some great ideas about moral and he's trying to save the nature. But on the other hand, he understands maybe that you have to do a little bit more. You have to try to get some impact on a society. Maybe it looks a bit outdated, but yes, he is just a normal guy with normal mindset. Es hat wirklich ganz normale Einstellung, es ist ein ganz normaler Typ. Wurde toll gespielt von Dimitro Banenko, amazing guy, the Ukrainian James Dean in a way. I will pass it to him. Tell him that. Along with a photo of James Dean. Yeah, yeah, he has a great charisma. We like to watch him and to follow him into the world in a way. But maybe you can describe why he's forced to be part of society even more than he probably wants to be. What is the reason that he then tried, for instance, to be a journalist? You mean in his life or in the movie? In the movie. In the movie. We don't know much about his life, that's right. But let us talk about the movie. Well, for me it's still difficult to separate his personality from Jura because I started from documentary research when we decided to write the script. And Jura back then, he was already, he was known as a local investigative journalist. And he was involved into the topic of the forest fires. And he managed to uncover some people behind these crimes. And that's how I met him. And I asked him to take part in this development stage. And together we interviewed like most of the folks in the region who were connected with journalism. So Dimitro is a real person. So he's the guy that you're talking about. He used to be a journalist. Of course he never looked for any groundhogs. But then as a journalist he knew about this topic much more than I. So he's not a non-professional actor. Yeah, he's not a non-professional actor. And we tried to cast some professional actors. But I always had Dima in my head. And we took this risk and we hired a private coach to teach him how to act. Great. And with the condition to quit from all the social networks, to forget about his cell phone, smartphone and to turn into another person. Ja, also sehr interessant. Also er ist ja eigentlich Dokumentarfilm. Er kommt vom Dokumentarfilm und hat ja auch verschiedene Sachen gedreht. Hat recherchiert, weil am Anfang, um es nach kurz zu erklären, gibt es ein großes Feuer, das offensichtlich auch wirklich eine Brandstiftung ist. Sehr bedrohlich für die Tiere, für den Wald. Und der Journalist eben, damals noch der Biologe, versucht herauszufinden, wer ist schuld. Und also der echte, Dimitro Banyenko, der hat das eben recherchiert. Also er hat ihn kennengelernt durch die Recherchen für eigentlich ursprünglich einen Dokumentarfilm. Hat dann beschlossen, einen Spielfilm zu machen und hat ihn diesen echten Journalisten besetzt, weil der einfach am besten Bescheid weiß. Er hat versucht, andere zu finden. Aber nein, wirklich, er hat gemerkt, im Coaching ging das dann auch gut. Er hat also zum ersten Mal überhaupt eine Rolle gespielt, die auch für ihn selbst natürlich dann Ausdruck seiner eigenen Tätigkeit ist, was sehr eindrucksvoll ist. Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, Roman, dass du das Drehbuch zusammen mit deiner Mutter geschrieben hast, die ja auch eine bekannte ukrainische Autorin ist, als Schriftsteller. Ist es wahr, dass du dieses Buch zusammen mit deiner Mutter geschrieben hast? Und ich habe gehört, dass sie eine sehr известige, oder war sie eine sehr известige Autorin in der Ukraine? Well, first of all, sie ist eine Wrichterin und dann ist sie meine Mutter, bei Coincidence. Aber die Sache ist, dass sie mir erzählt hat, wie zu schreiben, die Schriftsteller, wenn ich 13 oder so war. Ich war ein bisschen von der Typen-Maschine in unserer Haus, und das ist wie ich begonnen habe. Und dann, of course, sie verabschiede mich an die Menschenrechte Aktivismus. Sie ist mehr als Aktivist als als Schriftsteller, aber immer als Schriftsteller kann ich sie in den Schriftsteller. Und ich bin glücklich und mag, was sie schreibt und wie sie die Storylines und Dialogs und alles. So, sie ist auch ein Collaborator für Volcano? Ja, ja. Also seine Mutter, ich habe jetzt gefragt, ist, wie sagt er so schön, zuallererst erstmal Autorin und dann zufällig auch seine Mutter. Und sie hat ihm viel beigebracht, also auch wie man Kurzgeschichten schreibt, da war er so 13 und er versucht sie immer mit einzubeziehen. Sie ist heute sehr viel bekannter als Menschenrechtsaktivistin in der Ukraine, also jetzt gar nicht mehr so sehr als Autorin. Aber wenn er sie eben einbeziehen kann, dann macht er das auch bei dem Film davor, Volcano, hat er ihre Erfahrung genutzt, eine Geschichte aufzubauen, eine Geschichte zu erzählen. Dieser junge Mann, der Biologe, versucht dann herauszufinden, was ist da passiert, Brandkatastrophe. Wird dann Journalist, beziehungsweise versucht es zu werden. Und da sind wir wieder an der Stelle, die mich so beeindruckt hat, weil das ist ja so ein richtig mieses, so yellow press. He starts and tries to be a journalist and this is really, really hard, the job. And I perfectly understand that he after a while said, no, I won't do that for all the money in the world. I'm not doing that. So I think this is a really interesting perspective to see that you have something like that. This kind of journalism exists in Ukraine as well. And he is strong enough to reject. Well, the film is set six months before the full-scale invasion and it takes place in my hometown of Kherson, which is on the south of Ukraine. And that's actually what attracted me to make this film, because after our research, we realized that the times hadn't changed a lot there. It's like a time capsule and only some tiny things like smartphones or Internet, that's probably the only evidences of modern days. And yeah, it was like that we heard, like the most successful journalists in the region were not known by the audience because all the pieces they had, they wanted to prefer to sell to the figurants of their investigations, not to publish in the papers. Of course there is a new generation and they are much closer to Western standards and they can travel and learn, but we wanted to focus on this media, which inherited this real past. Also, er hat es ja schön beschrieben, also das ist wirklich eine ganz miese, muss kurz nochmal sagen, Redaktion, da kann man eigentlich auch nicht arbeiten, die sind also absolut korrupt. Und er sagt erstmal, wichtig, es ist ja ein Film, der entstanden ist sechs Monate, also gedreht wurde, vor der Invasion. Und in Kherson, was also ja auch wir alle im Ohr haben, das ist ja eine Heimatstadt und er wollte sowas zeigen, wie so eine Art Zeitkapsel. Also was da zu sehen ist, ist natürlich auch irgendwie ein Spiegel einer Welt, die es so jetzt nicht mehr gibt, diese Redaktion, die gibt's, also was gab's wirklich, nämlich Leute, die letztlich ihre Artikel gar nicht unbedingt veröffentlichen wollen und das machen die im Film im Prinzip ja auch fast nicht, sondern immer die Leute erpressen, um die es da geht. Also sie gehen immer hin und sagen, zahl mir so und so viel, ansonsten wird das eben gedruckt und das ist auch Teil dieser Geschichte. Natürlich inzwischen sagt er auch, gibt's eine neue Generation, die anders arbeiten, die ein anderes Ethos auch haben, wenn es um Journalismus geht. Aber das ist so, wenn man jetzt nicht sehen würde, vielleicht die Handys und Computer und sowas, würde man vielleicht sogar das zeitlich nochmal ganz anders verorten, aber das ist so ein Stück eben, was er zeigen wollte. Und das muss ich auch sagen, Roman, das ist ja teilweise auch sehr, sehr komisch. Also it's really very funny sometimes, even though it's a very strong and important story and we talked about all the political issues there, but it's really like a dark comedy maybe. That's what we wanted to do, because with that trick you can attract more audiences and force them to switch on their critical thinking and to involve them easier. And I think it's so important, because people expect, of course, something about the war, which is stupid. Of course, not every movie from the Ukraine can, they will do that, I think, later, but not now. Also man erwartet ja immer sofort, es muss um den Krieg gehen. Hier geht's ja im Prinzip um die Zivilgesellschaft und er da sagt ihm, mit komischen Elementen kann man die Leute auch anregen, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass sie darüber nachdenken. Man bekommt die sozusagen durch die Komödie. Nun ist es zwar so, dass der Film nicht wirklich von den Kriegshandlungen handelt, aber eben gleichzeitig ja trotzdem beeinflusst es davon. Of course, it's not about a war, but the war had an impact on your production. Well, we were missing the epilogue and we postponed it to the next year, but then the next year we got this full-scale invasion. And our editing director, he joined the army, voluntary, he said that this is his debt to the guys who protect in Ukraine since 2014. And he took part in many operations and in the liberation of Kherson, but then he was killed in action in December 2022. And then we had this production gap and started to look for some support, co-producers. So luckily we managed to put it together. At the later stage, we even had an editing consultant from Germany, Heike Parplais, who also contributed to Volcano. And she helped us a lot to structure it and to find its proper pace and make it a bit more understandable and closer to the western audience. Also es ist wirklich so, klar gedreht haben sie vorher, aber eben in der Postproduktion, übrigens erzählt der Epilog davon so ein bisschen, der auch durchaus eine satirische Seite hat, aber in der Postproduktion ist es dann eben passiert, dass der Krieg dann ausbrach, diese Invasion und der Editor, also der ursprüngliche, wer den Film geschnitten hat, ist dann freiwillig an die Front gegangen, hat auch in vielen Aktionen teilgenommen, Frank von Kherson, und ist dann aber umgekommen. Ist dann nach Front gestorben, dadurch ging die Arbeit erstmal nicht weiter. Sie haben dann zum Glück eine deutsche Consultant gefunden, die auch schon bei Volcano geholfen hat, Heike Parplais. Die hat also geholfen, dass der Film fertig wird und dass er vielleicht sogar so geschnitten ist, dass auch westliche Augen ihn auch besser verstehen, also vielleicht unserer Vorstellung von dem Film näher kommen, als jetzt vielleicht so dieses osteuropäische Erzählen, wovon aber genug drin ist, von dieser Eigenart. So, last question, Roman, what does it mean to you now to be a filmmaker in an attacked country? Can you work, can you develop your next projects, for instance? Well, we are developing a project about the rebuilding of Ukraine, because there are a lot of discussions, international panels and conferences of how to invest into rebuilding Ukraine or how to contribute and what the conditions for Ukraine to fulfill to get the funds. And from another hand, there are many, many places, half-ruined or completely ruined, some liberated territories where people had to go back and to re-establish their lives and daily routines. And we got schools which are functioning, but there is no wall or similar situations like that. And there are many, many cases where people help each other just to set up their lives. So the idea is to follow this process and to compare the level of discussions and also to see if we will use this chance to rebuild and to renovate the country. We all would love to believe in this chance. Sein nächster Film wird also davon handeln, wie wieder aufgebaut wird. Diese Diskussion gibt es ja gerade sehr viel. Also auch wie man Geld bekommt dafür, wie man Mittel bereitstellen kann, was dann genau passieren kann. Und er sagt, es sind ja viele Städte völlig zerstört oder halb zerstört. Es gibt Schulen, die zwar arbeiten, wo aber die Wände eben fehlen, wo wahnsinnig viel gemacht werden muss. Und er denkt sich, es wäre wichtig, diesen Prozess zu begleiten, das Wiederaufbauens dabei zu sein. Zumal er sagt, es ist etwas, was wir uns jetzt alle sehr erhoffen, dass man das ganze Land vielleicht verändert, aufbaut und dass man die Ukraine hat, und die sie gerne haben wollen. Also das wäre ein Prozess. So, your next movie is a documentary, obviously. Well, I think in these circumstances, the documentary is much more possible to produce, because fiction is something which needs more distance and more money. Of course. Also es wird ein Dokumentarfilm, weil in diesen Zeiten natürlich ein Dokumentarfilm naheliegend ist. Für einen Spielfilm braucht man andere Bedingungen und auch andere Finanzierungen. Aber jetzt haben wir erstmal deinen neuen Spielfilm und der läuft im Forum. Der Berlinale, ich muss leider sagen, alle Vorstellungen sind, rettungslos ausverkauft ist, nichts mehr zu machen. Wir fanden es trotzdem wichtig natürlich und schön, mit dir zu reden. Und das ist ja auch durchaus eine internationale Produktion. Also auch Deutschland ist dabei gewesen, sodass wir die Hoffnung haben, dass der Film dann irgendwie früher oder später auch in Deutschland im Kino zu sehen sein wird. Also da wird auch genickt. Von der Produktionsseite aus freuen wir uns drauf. Denn ganz herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Der Roman Bondaccio, Regisseur von The Editorial Office. Thank you so much. Vielen Dank. Vielen Dank.